Was gibt's sonst so Neues? Im Odewald? Und wie geht's der Hunde? Ach, denen geht's gut. Ich sitze gerade raus im Hof. Warte, bis der Neumann den Leckerchen über den Zaun schmeißt. Hey, du weißt ja, ich sitze daheim. Warte, dass er aus der Haustür kommt. Vor allen Dingen in den Bleckchen. Jetzt sitzt er ja bei jedem wieder. Es ist richtig nassregend. Sag mal, isst du gerade was? Ja, Nutella. Nutella? Mit was? Das ist nicht fast. Im Löffel halt. Ja, aber wieso gar nicht mit Brot? Habt ihr gar nichts mehr? Oh, Vater! Das hat mich doch zuhause auch oft zugegesen. Und sie ist die einzige, die ich immer hätte. Also bitte, nicht immer sagen, dass ich ein Kind meiner eigenen habe. Sie ist meine! Sie verstehen mich nicht? Ich bin mein control wegen mir schon mitbequét. Ich brauche das mal die größtemlassen. Entschеюсь, du lieber denulesen, der nicht selbst strand使eln sicherzustellen, weil der Haupttele bin ich zu viel? Ich mehr treme. Untertitelung des ZDF, 2020